Hallihallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns. Heute wieder aus Panama und zwar aus dem kleinen Dörfchen Valle de Antón. Wir sind also wieder im Landesinneren. Heute ist ein Ausflug zu einem Wasserfall geplant und auch noch ein Ausflug zu heißen Natural Pools, in dem wir schwimmen gehen wollen. Darauf freue ich mich schon. Aber vorher zeige ich euch einmal unsere Unterkunft. Das ist ein Hostel hier. Das ist echt mega, mega süß. So, wir fangen direkt mal hier draußen an in dem kleinen Garten vom Hostel. Hier sind ganz viele Hängematten, wo man chillen kann. Und hier auch noch mal einen Chillbereich mit einer Hängeschaukel. Sehr süß. Man kann sich hier auch Fahrräder ausleihen und damit das stoppen und sicher machen. Hier sind so viele coole Chillbereiche. Rezeption und Bar. Und dann geht es hier noch mal hoch. Und hier oben ist noch mal eine richtig coole Chill-Lounge. Und hier kann man sogar Filmabende machen mit einem Projektor. Richtig cool. Oh, wie schön ist Panama. Der kleine Bär und der kleine Tiger haben Panama gefunden. Und die Tigerente natürlich auch erinnert mich irgendwie an, seit Naila und mich. Und das Hostel heißt übrigens Bodihostel. Hier haben wir heute Nacht übernachtet. Wir sind jetzt in ein anderes Zimmer umgezogen, weil das für diese Nacht belegt ist. Aber es ist sehr süß gemacht. Ist zwar klein, aber süß. So, und es geht auch noch eine Etage höher. Und nochmal eine kleine Terrasse direkt bei unserem neuen Zimmer. Das ist unser Frühstücksort mit Aussicht auf den Pferden. So, das ist eine von zwei Küchen, die man benutzen darf. Mit allem ausgestattet, was man braucht. Hallo. Genau. Und da sind wir. In Panama. Es gibt noch ganz viel zu entdecken, ne? Auf der Welt ist noch viel, viel, was wir sehen wollen. Ja, vor allen Dingen Afrika. Alles so ein bisschen so gehalten wie in so einem Gewächshaus quasi. Also es ist irgendwie draußen, aber irgendwie auch drinnen gleichzeitig. Das ist hier der Yoga-Bereich. Hier finden jeden Morgen Yoga-Sessions statt. Ja, den Link von dem Hostel für booking.com packen wir auch nochmal unten in die Infobox. Also wenn ihr es buchen wollt, dann kommt ihr einfach direkt über den Link dahin. Können wir auf jeden Fall sehr empfehlen. Sehr empfehlen. Und so sieht das Ganze von außen aus. So, wir drehen jetzt mal eine kleine Runde ins Dorf. Noch was zu essen auf die Hand und dann schnappen wir uns den Bus auf dem Weg zum Wasserfall. So, wir sind jetzt im Bus auf dem Weg nach oben zu dem Wasserfall, weil wir sind heute zu faul, den Berg hochzulaufen. Und es ist auch echt warm. Und deswegen haben wir uns gedacht, wir schieten heute mal ein bisschen und fahren mit dem Bus. So, wir sind aus dem Bus ausgestiegen und haben uns einiges an Lauferei gespart. Und jetzt geht es noch ein Stück hier durch den Dschungel. Auf zum Wasserfall. Und die Busfahrt von der Stadt bis zum Churro hat sage und schreibe 35 Cent pro Nase gepostet. Und jetzt geht es noch ein Stück. So, wir sind beim Wasserfall angekommen. Im Hintergrund sieht man ihn und man hört ihn auch, denke ich. Waterfallchillers. Hallo. Hallo, mein Schatz. Hallo. Ja, und hier mündet der Wasserfall noch in einen Natural Pool sozusagen. Also man kann ja auch noch schwimmen gehen. Aber wir wollen ja noch zu den heißen Quellen und lieber dort schwimmen gehen. Deswegen gehen wir jetzt gerade nicht ins Wasser. Ganz schön kalt an den Füßen. Ne? Ich glaube, Nylee will auch lieber zu den heißen Quellen. Ja, ne? Ich auch. Und Nylee liebt süße Äpfel, ne? Ja. Papa will auch noch was davon. Guck mal, wie Nylee unbedingt den Apfel will. So, wir sind jetzt bei den Natural Pools angekommen und es ist irgendwie nicht ganz so, wie wir uns vorgestellt haben. Also sieht schon ein bisschen aus wie so Schwimmbecken, wo dreckiges Wasser drin ist. Ich habe jetzt nochmal einen coolen Hängematten-Spot entdeckt und ich denke, da werde ich mir nachher mal bequem machen. Also ich war auch schon mal in Natural Pools in Brasilien und auch in Portugal und die waren irgendwie anders. Das waren dann wirklich so Pools, die aus dem Gestein irgendwie geformt wurden durch das Wasser, das dann so ganz, ganz weich geschliffen wurde irgendwie durchs Wasser und dann so, ja, so wie Pools geformt war. Das war natürlich irgendwie schon ein bisschen was anderes als hier. Aber nichtsdestotrotz habe ich jetzt richtig Bock ins Wasser zu gehen und das mache ich auch jetzt. Das ist Badewanne hier. Ja, ist das warm? Das ist nicht dreckige Badewanne. Ich komme auch jetzt gleich rein. Ich komme jetzt hier noch ein bisschen hier im Pool und Nayi hat es uns auch neben mir geflogen gemacht. Wir haben jetzt hier noch voll das coole Festival gefunden. Hier ist irgendwie voll was los und haben uns gedacht, dass wir hier mal kurz reinspringen und uns was anschauen. Und ich nehme euch mit. Und wie ihr hört, läuft hier die ganze Zeit voll wie coole Reggaetonmusik. Voll süß hier, dass keine Städte hin. Und jetzt haben wir auch noch einen voll coolen Fucht- und Gemüsemarkt entdeckt. Den gucken wir uns direkt mal an. Und hier können wir auch was Leckeres für unser Abendessen einkaufen. Ein bisschen Gemüse, das können wir dann schön in der Pfanne machen. Wir werden hier auf jeden Fall fündig, denke ich, bei dem Angebot an frischen Obst und Gemüse. Wir brauchen auch ein paar Kartoffeln. So, dazu kommt noch eine Melone und eine Kochbanane, die sind da in der Hängematte versteckt. Ist das etwa ein kleines Neidchen? Hallo, kleines Neidchen. Da hat aber jemand Spaß beim Schaukeln. Guten Morgen. Es ist wieder ein wunderschöner Sonniger Tag. Panama. Das Frühstück scheint ganz schön anstrengend gewesen zu sein. Ja, es ist Mittagessenzeit. Es sieht so aus, als wären wir nur am Essen. Es gibt Pasta. Zeit hat gekocht. Und für Naili gibt es einen frischen Mörsen. Bye bye. Es sieht ein bisschen so aus, als würde Naili auch Spaghetti essen. Heute der Tag war ein bisschen ruhiger. Wir sind eigentlich heute in unserem Hostel hier drin geblieben und haben den Tag dafür genutzt, um unsere weitere Reise zu planen. Und wenn ihr wissen wollt, wo es hingeht, dann müsst ihr euch auf jeden Fall die nächsten Videos angucken. Denn wir haben neue Flüge gehofft. Ein neues Land steht an. Und bevor ich es mal wieder vergesse, Leute, es tut mir wirklich, wirklich leid. Ich bin so vergesslich. Ich wollte euch noch grüßen. Und heute denke ich dran. Auf jeden Fall ganz, ganz liebe Grüße an die Lara Handball. Und dann auch nochmal ganz liebe Grüße an die Lissi. Und liebe Grüße an die Anna Lunja. Und ansonsten, ihr anderen fühlt euch auch alle gedrückt und umatmen. Dann würde ich sagen, wenn euch unser Video gefallen hat, wisst ihr Bescheid. Daumen nach oben. Und falls ihr es noch nicht getan habt, abonniert unseren Kanal und schaut sehr gerne mal bei Instagram vorbei. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Tschüssi. Bye.